Ich kann sehen, dass ich oft nicht die Wahrheit sage, dass ich die Wahrheit nicht leide. Also lügst du, weil du die Wahrheit nicht kennst oder kennst du die Wahrheit? Für mich, die Realität, was ich wirklich möchte oder fühle, ich möchte expressen und was ich denke, was die Leute von mir erwarten, sind verabschiedet. Also bei mir kommt es immer so durcheinander, das, was ich möchte und das, was Leute von mir erwarten. Also ein besonderes Mädchen, dass du das Gefühl hast, dass du den Leuten das sagen musst, was sie hören möchten. Und das nennt sich oberflächliche Konditionierung, bürgerliche, oberflächliche, bürgerliche Konditionierung. Ja, ich bin auch so erzogen worden, nett zu sein. Und das hat nicht beinhaltet, dass man sich mitteilt von einem tieferen Ort aus. Es ist so ein unglaubliches Spiel, was die ganze Gesellschaft spielt, damit alle weiterschlafen. Ja, es ist all about fitting in for me, from when I was very little until, well, recently. Ja, du musst herausfinden, was du möchtest. Ich glaube, du weißt noch nicht mal, was du willst. Und du weißt nicht, was du willst, weil du niemals die Möglichkeit gehabt hast, das zu entdecken. Weil Teil dieser oberflächlichen, bürgerlichen Konditionierung ist, dass dir die Konditionierung sagt, was du willst. Oder was du wollen sollst. Und weil die große Mehrheit in diesem Ding ist, also genau in diesem, das genau so macht, denken alle, das ist das Leben. Niemand sagt ihnen, dass man ein anderes Leben leben könnte. Niemand hat ihnen gesagt, ganz nahe gibt es etwas ganz, ganz Schönes, und das ist deine Essenz. It's a duality, what I want. Because I know what I really want is just to be happy with the little things and to fully experience that, to be happy with daily life, so to say. Oh, you want to be a happy, no, 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 to be, no, I don't express it, no, I don't express it properly. Also, das, was ich wirklich will, wait, 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 das, was ich wirklich will, ist einfach glücklich zu sein, jeden Tag mit den kleinen Augenblicken, einfach mit dem Alltag. Being in the moment, like I experienced during the exercise, being in the moment, so the moment is so beautiful, that you're just fulfilled with that moment. Also, so wie ich das in der Übung erlebt habe, ich möchte einfach im Augenblick sein und mit dem Augenblick so ganz erfüllt sein. Stop. Yeah, so being in the now. Stop. Einfach jetzt hier sein. Also, du sagst, dann bist du ganz erfüllt. So, wenn du ganz erfüllt bist, Möchtest du dann reiten? Nein. Möchtest du dann zu einer Party gehen? Nein. So, why don't you just be happy with being fully here? Yeah, but it never happens. Ja, warum bist du denn nicht einfach zufrieden? And then it gets frustrated. It never happens, because you're always dreaming of going horse riding in Partys. Aber das geschieht ja nie. Ja, das geschieht nicht, weil du immer davon träumst zu reiten oder auf Partys zu gehen. But you told us that you can just be here and feel fully satisfied. Yeah, well, du hast doch gerade gesagt, du kannst einfach hier sein und ich vollständig. After six hours of this exercise. And then it doesn't make any difference, what you're doing. Und dann ist es doch ganz egal, was du tust. You see, when you're feeling bad, you don't care whether you're washing the dishes or riding a horse or going to a party. It doesn't make any difference really, what you're doing on the outside. Also, wenn du dich ganz erfüllt fühlst, dann ist es ja auch kein Unterschied, ob du den Abwasch machst, reitest oder auf eine Party gehst. Der Grund, warum du hier sitzt und darüber nachdenkst zu reiten, ist, weil du hier sitzt und nicht wirklich erfüllt bist und in deiner Vorstellung hast du diese Erinnerung, dass dich das Reiten glücklich machen wird. Und dann ist es, wenn du dich ganz erfüllst, dann ist es, wenn du dich ganz erfüllst, dann ist es, wenn du dich ganz erfüllst. Und dann ist es, wenn du dich ganz erfüllst, dann ist es, wenn du dich ganz erfüllst, dann ist es, wenn du dich ganz erfüllst.